Batman, Superboy, Aquaman, Superman sind unterwegs für das Gute im unermüdlichen Kampf für Gerechtigkeit. Vier brandneue Kassetten mit den spannenden und aufregenden Zeichentrick-Episoden der stahlharten Superpowers-Helden. Jetzt Superman an die Westküste, in dem wir ein Unglück verursachen. Und zwar hiermit, mit dieser Rakete, die jetzt direkt zum Flottenstützpunkt liegt. Was ist das, eine Rakete? Sie fliegt in Richtung San Diego. Das ist ein Job für Superman. Und auf geht's! Die Kraft kommt schnell zurück. Was macht denn Jimmy? Großer Gott, eine Rakete! Sie fliegt auf Jimmy zu! Und auf geht's! Verdammter Mist, jetzt brauche ich Superman! Halt dich fest, Jimmy! Danke, Superman! Warte hier. Und auf geht's! Wo ist Superman hingegangen? Er wird gleich zurück sein, Sir. Er... Wir brauchen seine Hilfe. Wir suchen ein Mini-U-Boot. Die Feinde, die Sie suchen, sind drin. Nehmen Sie sie mit. Großartig, Superman! Jetzt würde ich Sie beide gern zu einem Feuerwerk einladen, das wir für das Flottenpersonal arrangiert haben. Großen Dank, Commander. Aber ich hab noch was vor. Ja, sehen Sie sich, Sir. Ich komm gerade von Feuerwerk. Die Superpowers Collection von Warner Home Video.